einen schönen guten tag mein name ist 99 und ich zeige euch warframed das akkulten event dann schauen wir mal ein so ein ist jetzt da wunderbar auf neptun so dann werde ich mal jagd machen auf ihn und wunderbar dann hoffe ich mal dass die aufnahme mir oder das spiel besser gesagt nicht abstürzt halt so während ich war vorhin ist mir halt das spiel abgestürzt aber da hat man hier sagen wir schnell jetzt so finde ich verpasst das war nur eine riss mission das war so naja filmmaterial was man eigentlich nicht haben möchte und nachher gehe ich noch mal auf die mods ein ich werde jetzt zwei bis dreimal den pein jagen okay das war pein gerade oder ja oder besser gesagt hat ich habe gerade mal seine mod bekommen jetzt mal immer fünf minuten hier überstehen und dann zum ausgang können ist auch wieder gut als man kommt in der runde rein man sieht noch nicht mein akkult und schon hat man schon kriegt man eine mod von ihm mal schauen hier es ist europäische andere okay ja 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 hier ist nix ich werde mal schauen mal hier ist auch zu normalerweise muss man den halt suchen beim überleben halt und da muss man jeden kleinen raum absuchen so gute zwei minuten immer stehen noch euch auch ja hier ist auch hier ist auch und kack, 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 machen wir ja fertig machen und 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 einmal durch schnitzeln darum befallene sind halt einfach gegner sind man hat eine gute schnittwaffe mit und dann waren die einfach tot um so noch eine minute aushalt und dann ab zum ausgang die stand auch die nämlich noch mit schauen warum mannhofer ist auch mit dabei was nun blauer so dann kann man jetzt langsam richtung ausgang rennen und so schnell und so oft wie möglich machen einmal hin so dann war es auch für die ich sag mal so für die erste schnelle runde halt wer lässt sich noch zeit noch der kroma oder der kroma spieler lässt sich noch zeit aber meine wir haben keine zeit so einmal laser wie sie bekommen alles klar so so dann würde ich glaube ohne große umschweifen sofort sofort noch eine runde machen ich hoffe dass er da ist einmal schauen er ist noch da er ist noch da perfekt so dann warum nicht mache ich mir so extra rüstung noch mal an so schnell den spaß starten wir haben ja keine zeit ok geht der spaß los schon lässt sich blicken und sofort die tigres wo ist ja da war er da war er doch eine gute netz aber fix unterwegs so und weg ist er so schnell war mit fein das ist wieder jetzt fünf minuten ja sich durch schnitzern das ist gut dass er schon in der ersten minute kommt da der pein sind erst mal so den ganzen raum absuchen da hätte auch keiner lust drauf gab er wollte mit seinem tobo boosten naja another life support capsule is now available das ist schon echt eine überlegung wert dass ich mir gleich mal die zeit nehme und walter einpacke mit äh mit manikana mit manikana hmmm so ok 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 ich weiß wo die gegner sind ein bisschen endo endo ist immer gut ok so hat hat ist zack 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 sz sz auch 30 sekunden noch ja der nächste So, jetzt muss ich aber weg. Jetzt muss ich aber schnell weg. So. Mal hier rauf, dann da rauf, dann... Ah, okay, renne ich da geradeaus runter. Zack, solange noch Pein da ist, sollte man sich beeilen. Bevor man wieder so, keine Ahnung, 20, 30 Minuten warten muss, bevor er sich wieder blicken lässt. Hier raus. Teda, prepare for life support. So. Zack, äh, ja. Was ist das? Schon wieder hier mit am Zögern. Naja. So, Agon-Fan-Rohr, wow. Das ist schon mal gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch kriege. So, mal schauen, vielleicht lässt derjenige noch ein bisschen Zeit noch zum Wechsel. Lass mal schauen. Ach, komm. Äh, nein, Pein ist nicht mehr da. Okay, äh, gab's halt nur einmal Pein zu sehen. Naja, äh, macht aber nix. Die lasse ich eh immer so 10 bis 15 Minuten sich immer blicken halt. So, dann gehe ich nochmal speziell auf Pein ein. Bevor ich da den Stream beende. Fraktionen, einmal Pein selber. Er lässt die folgende Mods fallen. Hydraulische Beute, äh, Beutekreuz, nein. Hydraulisches Fadenkreuz, Blutrausch, Laser-Vizie und Agon-Fan-Rohr. So, dann gehe ich mal kurz mal drauf ein, auf die Mods. Äh, einmal, einmal hier. Agon-Fan-Rohr bei Kopfschuss plus 22,5% kritische Schanze. Beim Ziehen für 1,5 Sekunden. Äh, äh, das sind so mehr so, die erhöhen halt die Crit-Schanze, wenn man eine gewisse Voraussetzung erfüllt. Dasselbe gibt's auch für die Schrotflinte, nennt sich Laser-Visier. Jetzt müssen wir mal schauen. Äh, 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 da unten. Äh, bei der Schrotflinte ist das nur 20%. Dann gibt's halt das Hydraulische Fadenkreuz. Ist für die Pistolen. Er wird auch die Crit-Schanze halt und Blutrausch, das ist halt für Nahkampf, äh, erhöht hier den, äh, 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 ja, plus 15% kritische Schanze stapelbar mit Combo-Multiplikator. Wenn man halt mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet ist und halt einen hohen, äh, äh, Combo-Multiplikator hat und dann erhöht sich auch die Crit-Schanze automatisch höher. So. Ja, okay, äh, fand ich jetzt ärgerlich, dass die zweite Runde, äh, oder so, das Pein nur ganz kurz da war. Aber was will man machen? Naja, ich werde jetzt mal den Streamer beenden. Und ich hoffe, der Streamer hat euch Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss.